Feinfleisch, süße Ohlen und Kartoffeln, Pariser und Big Mac. Big Mac braucht es zum Exen. Dann wird er schon. Dann wird er auch. Na klar, jetzt habe ich mir auch Fries jetzt. Jetzt habe ich mich Hunger leid. Das ist schon gut. Wir haben keine bestellt, keine Knäler. Was? Wir haben keine bestellt. Der Karli kommt heute drauf zum Zeug. Der Karli kommt heute drauf zum Zeug. Ja, gut so. Wir haben jetzt bestellt. Ja, Leute, Schnauze.